Parti? Mein Mädchen. Unser Führer ist Todloch. Ist uns Gefängnis? Müsst ihr zu Omi fahren? Vor dem Sieg gibt es immer Schmerzen. Er ist weggerissen. Er liegt vor meinen Füßen. Alles ist ein Stück von mir. Mutter, Vater? Wer bist du? Thomas, ich bin Ihr Bruder. Wir sind von Auschwitz nach Buchenwald gebracht worden, bis wir befreit wurden. Wenn mein Vater kommt, dann wird er es dir zeigen. Warum magst du ihn? Thomas hat uns Essen besorgt. Ich bin frei gegen Juden. Du darfst mich nicht verlassen. Ich bin frei gegen Juden. Du darfst mich nicht verlassen. Ich bin frei gegen Geschenk. Ich bin frei gegen einen Wechsel. Wobei ich das so fühlen.